Aua, danke, dass du mir sagst, dass einer hinter mir ist, toll. Hinter dir ist keiner, Junge. Hinter, ich hab anderthalb Herzen. Hinter dir ist keiner, hinter dir ist keiner. Der hat das Geschichten hier gestärbt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Geh auch keiner mir deine Scheiße angucken. Du lädst doch ehrlich hoch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zweifelgames mit dem Ferdinand und dem Voxary. Ja. Ja, na komm mal. Ja, Voxary sollte die Ansage machen. Nein. Da ist gar keine Rechte. Ich will nicht bei allen meinen Runden irgendwie eine Georg-Ansage drin haben. Eine Georg-Ansage, das klingt so abwärts, Mann. Nein, aber irgendwie so. Ja, soll's ja auch sein. Oh Mann, ich bin so erkältet, ich äh... Wie alle da hinlaufen, Alter. Alle laufen euch hinterher, äh. Oh Mann, das nervt so. Fuck hell, Alter. Ich hoffe, das hört man dann nicht in der Aufnahme, dass ich erkältet bin. Al, hallo? Pass auf, schubs ihn zu mir, schubs ihn zu mir, ich hab' Schwert. Ey, hör' auf damit. Okay, ich bin hoch. Weg mit dir, Sack. Was machst du? Ich mach' ich mal... Oh, jetzt hast du ihn weggeboostet, toll. Ja, damit dann bin ich hier auf die Nerven. Ich hab' ich hab' ich hab' das Schwert, verstehst du das nicht? Nein. Im Diamant übrigens. Ach, fertig. Ach, fertig. Ja, toll. Deswegen ist das ja schon einer. Ja, du hast mir abgelenkt. War'n nur die Red-Test hier oben heute. Leider. Ja. Marge rausbeutern. Fangen, jetzt kann ich ja keine Schubs, halt. Das kann doch ein Schiff aufzulügen. Doch, ist er. Boah, halt, ist er weg. Hier, Georg. Guck hier, hier. Georg. Neben dir. Du solltest ihn zu mir boosten. Der hinteren oder vorderen? Ne, den der vor mir. Okay, damit ich nicht hin. Schreib' irgendwas in den Chat. Ne, schreib' da nicht. Ja, Mann. Hättest, wär's in vorne gekommen, wär' alles gut gewesen. Zreck' der schön die ganze Zeit. Schub's ihm weg mit dem. Schub's ihm runter, schub's ihm runter. Dann nicht. Warum boostest du den weg? Weil ich ihm mit'n Schwert geschlagen hab. Ne. Doch. Jetzt, komm. Der Tommy runter mit der Angel? Oder so. Warte, ich angel' dich. Nein, ich angel'. Ach, Georg. Ja, ich dachte, blöd im Wasser. Okay, rüber gejumpte Seite, das schaff' ich nicht. Oh nein, ganz schlecht, ganz schlecht. Kommst du irgendwie hinterher oder sind's los? Alter, beleid. Wird mischt. Och, alt. Oh, jump' der schon wieder ins Wasser. Ich raste aus. Oh, ich hätt' mich mit dem Steinschul-Typen andenken. Jetzt glaub' ich bisschen böse. Gut, kommt zur Fischinsel. Oh, hab' ne Idee. Warte mal. Ich hab' keine Rüstung, ey. Das ist unfassbar. Geil. Oh, wie mies. Fertig spektätest du noch oder irgendwas? Nö. Ey, der sagt, nö. Hallo. Bin angepisst. Nein, nein. Okay, jetzt hab' ich ein bisschen Zeug. Georg, stirb bitte nicht, sondern komm' zu mir oder sonst irgendwas. Ja. Dann ich hab' jetzt ein bisschen Zeug. Ich hatte auch einen Brustpanzer für dich und Schuhe. Georg. Ja, ich komm' noch zu dir. Wo bist du? Ja. Ich komm' zu dir. Wo bist du? Allein ist das schon ein bisschen unlogisch. Ja, Fischinsel. Ja, komm. Ja, warte, ich komm' her. Boah, ich hab' schon Schlamm geschafft, ne? Was macht der da? Der Alex Hilton. Na komm' einfach zu mir. Verfolg' ich noch, ob da noch kommt von hinten, kommt von hinten. Ja, ja, ich weiß, der Typ kommt. Ich tut erst mal den hier. Da kommt einer von rechts. Georg, Georg, da, 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 schnell. Ja, dann nicht. Ja. Oh, ich hab' noch ganz wenig. Pass' auf, pass' auf, hier kommt noch einer. Rein, rein, rein. Ja, ich hab' noch ganz wenig. Ja, ach, ich renne. Ja, das ist... Boah, wenn wir Glück haben, die die aufeinander. Vor allem, das ist durchgelaufen, hat nicht einmal geschlagen. Au! Oh, das war'n Fall. Pass' auf, hier, oder? Wir trennen uns einfach, ja? Auch gut. Gute Idee. Aha! Ich glaub' er rennt mir hinterher, oder? Hoffentlich doch. Nee, er rennt dir hinterher. Ja! Nein! Ich kann nicht regnen. Oh, mein Schnupfen zeigt sich wieder. Kann sich regnen, achso. Gut, dann komm' ich jetzt wieder zu dir. Wo bist du jetzt genau? Äh, ich jump' jetzt... Ach, du jumpst da zur Insel links. Boah! Hilfe! Was hat der denn für den Hack? Boah, was hat der denn? Was hat der denn für den Hack? Junge! Boost' ihn mit der Angel weg! Loll! Nein! Er hat'n Bogen im Wasser! Achso, okay, das ist... Ich geh' durch. Du bist hoher? Ja, gleich. Der versuch' auszuweichen, irgendwie unter Wasser und so. Nein! Scheiße! Na gut, der hat'n Bogen... Na, Bogen ist scheiße. Ja, hab' ich hier weit auf, noch immer. Hat'n noch Pfeile? Hat'n noch Pfeile gehabt? Ne, keine Ahnung. Gut. Hahahaha, Mann, oh! Immer in den Aufnahmen sterbe ich. Wie uncool. Ach Gott. Soll ich dir zugucken, soll ich dir nicht zugucken? Wäre ganz nett. Naja, weil ich sollte auch die Aufnahme, die war scheiße. Ja toll, dann willst du immer die Ansage machen, oder was? Ja, ich dachte, ich gewinne. Was? Mann, ich hab nichts mehr zu essen. Ich hatte auch zu essen. Toll. Danke, dass du es mir sagst. Ich hatte auch ein Gebratenes. Ich hatte eine Schnitzel mit Gouda. Kann man einen Koko-Beans eigentlich abbauen? Ich glaube nicht, oder? Was kann man da bauen? Koko-Beans. Ich glaube, Poxaki kann die Aufnahmen auch abbrechen. Nein, kann ich gar nicht. Oh, ich hätte die Saufer geholt. Geil. Ich hätte gerade ein bisschen ordentlich gerauscht. Ja, hab ich auch. Könnt ihr auch ein bisschen spektaten oder so? Sorry, ich renne ganz hinterher. Ja, du rennst mir die ganze hinterher? Oh, was für ein toller Spectator. Er rennt hier einfach hinterher. Wow. Könntest du sowas sagen wie, ach guck mal, da ist einer. Den könntest du vielleicht besiegen. Da ist einer, den könntest du vielleicht besiegen. Aua, danke, dass du mir sagst, dass einer hinter mir ist. Toll. Ich hab anderthalb Herzen. Hinter dir ist keiner. Hinter dir ist keiner. Vor dir ist einer. Ja, toll, das interessiert mich nicht, ob vor mir einer ist. Vielleicht macht der Team zusammen. Ja, halt an, Georg. Ey, der Team verfolgt dich nicht da, ne? Ich seh es. Warum rennst du dann? Weil ich reggen muss oder sowas. Ja, du wirst doch stehen. Diese dummen Fragen, die, Georg. Ja, ist doch, warum rennst du weg, wenn du reggen musst? Ja, weil, ach, keine Ahnung. Ja, weil der Typ nachher stand, ich wollte ein bisschen Abstand gewinnen. Der stand da gar nicht, der ist weggerannt. Aus welchem Grund könnte er wohl weggerannt sein? Ich glaube, du hast mittlerweile mal Prestige. Er hat Angst vor dir. Ich bin fertig. Hör bitte auf, über andere Sachen zu reden, während wir in der Aufnahme sind. Nee. Keine Lust. Nö. Du sagst, rennst mir die ganze Zeit hinterher, dann gehör mal was anderes, dann bist du nicht mehr da. Instant schlägt mich irgendeiner. Das ist wie ein Verluch mit dir, Alter. Ich bin so grud. Vor allem, das hat sich irgendwie angefühlt, das hätte ich Instant noch anderthalb Herzen gehabt. Nee, der hat auch ein Diaschwert gehabt, ein Critical gemacht. Hat der? Ja. Danke, dass du das mehr jetzt sagst, auch cool. Ja, aber er sagt, da ist keiner hinter dir. Nee, ich hab genau... Ja, der hatte ein Diaschwert, da hat ein Critical gemacht. Ich hab genau zu dir geguckt, als da genau Angst kam. Aber da war eigentlich gar keiner hinter dir. Ich bin Georg, ich bin scheiße. Was hab ich denn gesagt? Soll ich nur sagen, Gegner sind, hast du gereckt? Ja, Gegner, die ich bitte besiegen kann. Okay. Oh, die verfolgen sich im Wasser. Der bringt mir kaum Wasser, da oben ist einer. Eine Eisenhose. Nee, 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 gut, jetzt ist er wieder an Land. Geht zum Schiff, zum großen Schiff. Da vorne kommt aber gerade einer. Ich gucke, ob ich dem siegen kann wahrscheinlich. Oh nee, er geht zum Swann, geht zum Swann. Ich kann gerade nicht, da kommt einer auf mich zu. Und den will ich vielleicht irgendwie besiegen. Ja, ja, gut. Aber ich versuch es zumindest. Er rennt jetzt schon weg, obwohl er... Zehnmal besseres Zeug hat als ich. Nee, eigentlich nicht zehnmal. Nur weil er eine Combo kassiert hat, ey. Das ist schon wieder... Vor allem, wie die immer diesen Sprung schaffen, ey. Ich hab's auch geschafft, aber... Ich mein, guck mal, er rennt schon wieder einzeln weg, ja? Der Typ. Jetzt versucht er... Toll, das ist echt toll. Du... Jetzt rennt er wieder auf die Zug. Ja, das ist... Jetzt rennt er schon wieder... Hey, du warst am Wasser. Ich hätte dich eher weitergeschlagen. Wum dreht er wieder... Ich hab noch andere... Na, danke, Alter. Oha. Ja, ich muss durch den durch... Ich muss da durch den durchrennen. Na, boah, das. Oh, jetzt hat... Wie viele Leute da sind, Alter. Pass auf, der Diaschwerttyp kommt. Ja, das ist toll, dass der kommt. Das bringt leider nichts. Ja, okay, dann sag ich's jetzt nicht mehr. Doch, nee, das ist schön gut. Das ist nur richtig. Bockst du nicht spawnen? Ja, toll, das... Toll, das ist nämlich zu spawnen. Ist das ein Team irgendwie? Nee, der ist immer noch hinter dir. Oh, er ist stehen geblieben. Er ist immer noch... You will need help. Nö, ich kann nicht mehr regen, Alter. Pass auf, der Renn... Der Diaschwerttyp rennt dir hinterher, und ein anderer Typ rennt dem Diaschwerttyp hinterher. Ja, das ist toll, ich brauche was zu essen. Dann geht's Wasser. Nee, wenn dein Bogen hat, bin ich tot. Boah, ich hab umgehört. Nee, geh auf die Berge, da sind... Wo ein Tier ist. Ach, ich bin ab und mal alter Kuchen gewesen. Ja, solltest du sagen, wo ein Tier ist? Was ist denn mit dir los, Alter? Guck, da vorne ist noch einer, ne? Geh über das Wasser. Geh über das Wasser. Ja, guck, er kommt mit dem Team, glaube ich hoffe ich. Doch, reparativ Zeichen gemacht. Los, geh links, geh links. Nein, ich geh gar nicht links. Warte auf, hinter dir kommt er. Na, ich seh's doch. Ich glaube, der denkt, wir sind ein Team, also der denkt richtig rum. Ja, der Typ ist auch zu nah. Nein, toll. Ich glaube, der Typ verfolgt mich weiter. Oh Gott, der kann ja nicht mal jumpen irgendwie ein bisschen. Ja, pass auf, der gleich ist bei dir. Huch. Boah. Huch. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr regen, wenn ich jetzt was verliere. Ich hab jetzt zwar voll, aber danach ist sowieso Ende. Ich muss zwei Typen aufeinander locken, ganz ehrlich. Oder ich warte bis zum Deathmatch. Es sind ja noch sechs Leute. Oder, kletterst einfach einen Berg hoch. Boah, das ist eine Kuh. Ja, ganz einfach. Ja, da ist eine Kuh und das bringt mir sehr viel, wenn du mir das sowas sagst. Okay. Wenn ich die nicht gesehen hab. Das ist eine wichtige Information. Wusstet ihr, dass in Online-Shootern, in Ego-Shootern, wollten wir mit Shotgun spielen, die schlechten Leute, die schlechtesten Spieler sind, die es gibt. Ja, so sind wir schlechte Leute. Die sind ganz böse Leute. Wie lange hätte der Typ eigentlich durch mir hinterher zu reden? Sind auch schlechte Leute. Du weißt, wer du bist doch nicht. Georg hat mir vielleicht irgendwie sagen, wo noch ein anderer ist, auf den, den hier locken könnte. Das wäre ganz hilfreich. Wenn es versuchen. Wo du vielleicht doch anlernt in der Nähe bin. Einer ist irgendwo auf den Berge. Doki ist auf ein großes Schiff. Da könntest du hingehen. Große Schiff, da könntest du hingehen. Große Schiff, da könntest du hingehen. Große Schiff, da könntest du hingehen. Das war schon zu spät gerade. Einer ist in der Höhle, die zwischen Insel und Festland führt. Also nicht Festland, aber vor uns. Zwischen Inseln. Ja, echt. Das Problem ist nur, ich kann gleich nicht mehr sprinten. Ja, dann geh ins Wasser. In Wasser bist du sicher. Das ist vielleicht recht. Feucht. Da steht die ganze Zeit. Alter, er verfolgt mich die ganze Zeit. Wie langweilig kann eine Menschen sein? Dann geh ins Wasser. Ja, ich geh doch jetzt ins Wasser. Und geh zum großen Schiff beim besten. Das Problem ist, ich habe sowieso keine Wahl mehr. Nee, du hast keine Ahnung. Ich habe auch keine. Hey, bist du? Ich kann nichts schreiben. Guck mal, er schreibt. Sorry, help. Yes or no? Guck mal, boost mich. Du bist denn der? Hä? Fuck, hätte ich nicht machen sollen. Jetzt habe ich was verloren. Welche Map spielt ihr? Priest Island 2. Okay. Du hast nicht gespielt. Du hast nicht gespielt. Ja, habe ich schon mal vergessen. Ich habe sogar einen Bogen, glaube ich. Was macht der da? Boah, pass auf, da kommt einer von dir aus gesehen links. Ja, ich sehe es. Amareno, schreib J. Schreib J. Schreib J. Ich kann... Vor allem J, Alter. Y. Aber ist gut. Er hilft mir sogar. Jetzt, 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 jetzt. Schreib schnell. Damit das auch sicher weiß. Sonst greift er dich an. Ich weiß wie viel. Ja, er geht ab dich. Nee, geht er gar nicht. Ist doch lustig, dass er einfach Team macht. Einfach so. Wer ist denn das? Ich hoffe nicht. Ich kann nicht mehr sprinten, Alter. Oh, pass auf, der kommt hinter dir. Nein, ich kann nicht mehr sprinten. Nein, ich gehe ins Wasser wieder. Gehe ins Wasser. Gehe ins Wasser. Junge. Stimmt, da vorne ist noch einer. Ich muss wieder ins Wasser gehen. Er hat mich jetzt. Er hat mich jetzt. Oh, ist ja dumm. Er ist nicht gejumpt dabei. Er geht wieder zurück. Er geht wieder zurück. Oh, Junge. Da rennst du erstmal zum Land. Ey, wie dumm. Ich dachte, mein Freund hilft mir da vielleicht, aber er hat auch gerade einen Kopf verwickelt. Oh, ey. Knapp, ey. Wenn der richtig gejumpt hätte, wäre der gar nicht... Ja, schreib's auch noch, Kind. Ja, was soll ich denn machen? Mein Freund, mein Teamkollege kann mir schlecht helfen, wenn er... Uh, wer hat den letzten Abschluss gemacht? Ich. Wenn er nicht weiß, was los ist. Was macht denn jetzt hier? Das Gute war, es war gerade Chessry Phil, ne? Oh, der ist mit Scheiß. Ich brauche jetzt was zu essen, unbedingt. Ich hab dich gefragt, ob du schon Prestige bist. Was? Ich hör auch damit fertig. Ich nehm auch noch auf. Achso. Achso. Ich weiß. Das ist nicht praktisch. Nies mal wirst du nicht mehr hin. Oh, der liegt was am Boden. Oh, der liegt was am Boden, ne? Ja, das bringt mir leider kaum was. Mit Rüstung. Ja, toll. Das ist sehr schön. Ich brauche was zu essen. Das ist alles. Der ist trotzdem besser. Ach Gott, ey, Georg. Ich brauche einfach nur was zu essen. Hast du ein Deathmatch angefangen? 40 Sekunden, ja. Ja. Weiß ich. Das Problem ist, ich brauche so lange was zu essen. Sonst habe ich irgendwie verloren. Hast du denn jetzt was zu essen? Das ist keine Kiste, Scheiße. Nein, eben nicht. Oh, guck mal, das ist ein Moderator im Chat. Das ist eine Kiste hier unten. Hallo, da lag, I guess. Hier ist auch eine Kiste. Ja. Wasser. Ach, da unten. Danke. Da war aber Crap drin. Da war gut. Da war aber Crap drin. Ich glaube ich habe verloren. Super Aufgabe, ne? Ja. Aber so eine Runde hat Schlang nicht mehr. Ah, da kommst du eh nicht mehr. Wo ich wirklich... Okay, ich muss wegrennen. Aber es war eine spannende Runde. Ein Diaschwert hinter mir. War ja ein Diaschwert. Cool, das wirst du bestimmt gewinnen. Oh, der eine Typ ist auf jeden Fall Moderator, der hinterherläuft. Oder auch nicht. Ich muss mein... Ah, der läuft mir doch hinterher. Jam. Jam Fox, sorry Jam. Run Forest, run. Er weiß, was er macht. Er weiß, was er macht. Er weiß genau, was er macht. Mit seiner Angel. Mit seinem Kampf verwickelt. Komm, 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 komm. Hast du gereckt? Kannst du noch springen? Keine Ahnung. Nein, ich kann gar nicht. Ich muss warten, bis einer stirbt. Und dann muss ich... Und dann muss ich ihm das Zeug klauen. Wenn einer stirbt. Ich muss ihm das Zeug klauen. Liegt ein Stick. Warum sagst du uns das zweimal Pox-Surfing? Weiß ich... Mann! Nein! Er kommt! Nein! Ich kann nichts machen! Nein! Geht das auf mich? Nee, oder? Nein! Nein! Was? Nee, nee, es geht nicht. Es geht nicht. Ich hab zwei Herzchen. Mach dann den Pox-Surfing-Trick. Den Pox-Surfing-Trick, Alter. Ja, keine Ahnung. Was ist mit dir eigentlich los? Ich kann nichts machen. Ich kann weder regnen noch sonst was. Das Problem ist, ich hab auch... Jetzt, jetzt, jetzt. Er kann es mit der Angel auch machen. Er kann es ewig durchhalten, wenn er will. Jetzt, wenn er will. Nee, ich hab verloren. Nee, 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 nee. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Gut, Georg hat die andere Sache gemacht, der macht doch die... Okay, das war's mit dieser Folge. Bye, Boxery, bei mir. Ich weiß nicht, ob ich sie hochlade. Nee, du nicht, ne? Weil, bei der ist das ja mein Koffi von mir. Ist ne Boxery-Oni-Runde. Und das ist alles schnell gestorben. Das war's. Wenn man diese Scheiß-Shotgun-Spieler... Fällt euch nächstes Mal wieder ein. Und bis dahin. Ciao. Nicht vergessen, nächstes Mal fertig muten. Und niemals mit Schotgun spüren. Tschüss. 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 TambiéncutДа.